Musik Na, Hose, war es schwierig? Nein, ging ganz gut. Aber jonglieren ist schwierig. Ich kann das recht gut. Wirklich? Zeig doch mal. Sicher zeig ich es dir. Geht wirklich gut. Na ja, ich bin ja auch kein Clown. Ich muss nicht jonglieren können. Stimmt, aber lesen und schreiben sollte man können. Ja, das stimmt. Ich zeig dir nun den kleinen Z. Darf ich das Clownfisch-Filmli nochmal sehen? Klar, Film ab. Ja, ich bin ja auch kein Clownfisch. Stimmt es, dass der Kleine Z genau gleich ist wie der Grosse, nur ein bisschen kleiner? Ja, das hast du richtig gesehen. Der Kleine Z ist viel einfacher als Jonglieren. Das denke ich auch. Beim Kleinen Z fängt man oben an und mit viel Schwung in einem Bogen nach unten. Das kann ich sicher schnell. Ich denke auch, dass du das schnell lernst. Ich fange gleich an. Bis bald. Bis bald. Du bist ein Spaßbogen, ein Klauenfisch. Flip Flop